Ein Stick brauchen wir noch. Ein Stickglas und dann haben wir es glaube ich. Dann dürfte der fertig sein. Cool, haben wir es auch noch geschafft. Und was wollte ich notieren? Shit, jetzt habe ich es vergessen. Irgendwas wollte ich reinschreiben. Was wollte ich reinschreiben? Was wollte ich reinschreiben? Ich habe es vergessen. Eben habe ich vorhin gesprochen, im Blickreaktorraum. Jetzt habe ich es echt vergessen. Wie kann man nur so vergesslich sein? Wie kann man nur so vergesslich sein? Das Deck habe ich gesagt, ne? 58. Und das ist jetzt noch ein Glas, ne? Ja. Sand, Sand. Sand, Sand. Ja, ein Glas. Ich habe kein Glasauflage, aber war ja klar. Das war ja mal wieder typisch. Das macht ja auch nichts. Na ja, gut. So. Sand, dann macht er noch Kohle. Die brauchen wir jetzt gerade nicht mehr. Mach mal den Sand. Danke. So. So. Äh. Glas. Na ja, gut. Ähm. Wollen wir wieder, während wir jetzt wieder da drauf warten, ist das Ding hier fertig. Komm mal, schmeißen wir noch einen Stick nach. Mal gucken wir mal. So. Ähm. Ähm. Was wollte ich jetzt? Genau. Das muss jetzt erstmal wieder weg. Und zwar Calculated. Das Ding hier. Vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Genau. Ja. Jemand. Äh. Äh. So. Und dann noch mal das, 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 das. Und der da. Oh mein Gott. Das nervige Crafting-Arbeit. So. Jawohl. So. Und der da. Ja. Bloß, 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 bloß. Mhm. Ja. Okay. Atomic Calculator. Wovon haben wir den gebraucht? Äh. Für. Für. Den da, ne? Ja. Flawless Diamant. Atomic Calculator. Genau. Diamant. Das da und das da. Okay. 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 Atomic Binder brauchen wir jetzt noch. Äh. Okay. Wir haben ja noch zum Glück noch. Gut. Kriegen wir hin. Also so. Und so. Äh. So viele brauchen wir davon nicht. Boah. Wie viele Diamanten dabei drauf gehen. Ich werde direkt mal auf Kamera mit dem Ding hier ein bisschen auf Wanderschaft gehen. Ein paar Meter weiter rüber. Dann Diamanten fahren. Ein paar wieder rüber. Und so weiter und so fort. Ne? Ne Endequer würde ich eigentlich auch noch bauen. Weil damit würde ich dann dauernd rumrennen müssen. Und dann mal alles einstellen. Da hab ich keine Lust drauf. So. Binder. Und dann. Wie viel brauche ich davon überhaupt? Äh. Eins. Zwei. Drei. Vier. Was ist das jetzt? Äh. Was bist du denn? Was? 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 Äh. 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 Bitte, was? Ah, ja. Schwere. Ähm. Eins. Zwei. Äh. Drei. Drei. Vier. Ja. Vier. Ähm. Und den da. Ähm. Endstone. Okay. Gibt mir hergestellt. Obsidian. Auch. Electric Diamond. So. Fire Diamond. Conductor Mast. Was ist denn das jetzt schon wieder? Conductor Mast. Conductor Mast. Was ist denn das jetzt schon wieder? Conductor Mast. O. Äh. Äh. Eijiei. Kraft Das. Kraft Jenes. O. Mann. Ok. Was ist das überhaupt? Conductor Mast. Energy Modul. Scientific Calculator. Äh. O. Proofite Call Scientific, haben wir von der Scientific nicht gerade zigtausend gemacht? Die irgendwo hier drin stecken in dem Gerät. Oh god, 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 okay, um, Scientific, uh, das ist ein, ja, okay, ähm, zwei Stück, so, Redstone und Koppel drumrum, diese vier, ja, komm, das müsste ich jetzt eigentlich alles haben, ja, genau, Scientific, nicht genug Energie, ja, ist okay, lad mal ein bisschen auf hier, also, wenn wir nicht brauchen, so, 640 hier, so, okay, und er lacht, er lacht, okay, wenn ich auch mal verbraucht er nichts, das ist schon mal gut zu wissen, so, ähm, Kalkulator, hast du nicht ein Buch? Hat dieses, dieser Mod ein Buch, wie so viele, manch andere Mods auch, die so ein Buch haben, aber es scheint nicht so auszusehen, ich sehe jedenfalls keins, äh, naja, gut, müssen wir gucken, also, ich brauche hier den Kondaktormast, ne, so, könnte ich herstellen, wenn ich, denn, das da hätte, so, den habe ich, jetzt brauche ich, ähm, Profit-Kohl, ne, das kriege ich mit Kohle und diesen Gold-Calculator hin, das brauche ich zweimal, also, das brauche ich mit Kohle, zwei Stück, und dann kommt diese Scientific Dings und Dings, ist das Zeug hier, alles klar, so, und das muss ich jetzt nochmal wo mitmachen, mit ne Power Cube, das ist einfach nur, einfach nur Koppel, Koppel, einer, zwei, drei, vier, zwei, Power Cube, Power Cube und das ist, ah Gott, Energy Modul, ähm, dann, Fire Diamond, das Diamant, Blaze Road und noch ein Diamant, oh, wo ist die Blaze Road hingepackt, ja, ähm, vier Diamanten, ich brauche doch mal zwei, oder, ich brauche hier einen, ne, und dann, und dann, den hier nochmal, um aufzuladen, genau, also, zwei Stück, ähm, muss doch hier machen, ne, auch aufzuladen, genau, Fire Diamond, ich hoffe, ich habe mich schon eingemacht, ich habe nicht wieder gepackt, das ist nur der da, okay, Schwein gehabt, so, ähm, und dann, so war das, glaube ich, oder? Ja, ja, Kontakte, Marscht, ähm, oh, sieht schon krass aus, ne, alter Schwede, was, wie viel, fünf Millionen, ja, das sind Hauen, eins, zwei, drei, vier, fünf Millionen, lass mich verarschen, ähm, wenn ich dich jetzt hier so nebendran stelle, ne, du gibst nichts ab, das, ich könnte mir vorstellen, dass der Blitze braucht, also, könnte ich mir vorstellen, ja, so ist es, ist eine andere Sache, ähm, also, ich denke mal, das Ding ist dann wieder, ja, schwieriger, da muss mich das schlau machen, oder, weiß ich nicht, das wird wohl nicht so funktionieren, ganz einfach, ähm, also, ich werde ihn jetzt einfach mal, äh, einfach mal hier hinstellen, und gucken, vielleicht passiert ja was, weil ich glaube eher weniger, weil da muss man eine Konstruktion wahrscheinlich drum herum bauen, ich nehme es noch stark an, ne, also, mal gucken, ich nehme die Tür auf, sowas, guck mal, das Ding ist voll, auch mal, ja, ich sehe, ich will da, ja, ich habe zwechte Erde da, so, okay, ähm, ja, das ist natürlich auch keine endgültige lösung erstmal das Lichthalter oben rumstehen so ja das war es in der Hinsicht jetzt, da hieß man nichts mehr machen ich brauche eine kalkulierte Gäste hier, da kommst du hin, da kommst du hin, da kommst du hin, da du und du, ok, na gut, ich schaute unser Glas aus, da fällt mir aus dem Ball ein, ich könnte mal, wenn das mal ein Ruckler, da lang, ich könnte mal unsere Energie verschwenden, ein bisschen Sand machen hier, so, guck dir mal das an hier, mal durchschmelzen, so, der Enderman brennt, teleport jetzt viel wild rum, soll man recht sein, ok, ein Stack, noch ein Stack, noch ein Stack, noch ein Stack, gibt das ein Stack, wunderbar ein Stack, noch ein Stack, noch ein Stack.